Das ist jetzt nicht euer verfickter Ernst, ne? Das ist jetzt nicht euer verfickter Ernst. Welcher von euch blöden Arschkrampen war das? Wer war das? Ich gehe extra nicht ins Internet, weil ich keine Spoiler hören möchte. Und danach reicht mich ein... So, und da ist dieser folgende Zettel drin gewesen. Ich schwöre euch, wenn das stimmt, dann... Alter, nein, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, Mann. Hallo, Internets. Hier ist wieder Bacon Zack für euch. Und ich glaube es kaum, dass ich diesen Satz endlich sagen kann. Und dann, willkommen zu meiner Review von... Avengers Infinity War! Ich rede jetzt wirklich erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review bis zu einem bestimmten Punkt gucken. Dann gehe ich in den Spoiler-Bereich. Ich werde euch dann aber auch nochmal gesondert darauf hinweisen. Denn Spoiler zu Avengers 3 sind wirklich ein heikles Thema. Und die Leute sind da wirklich sehr sensibel. Und ich nehme mich dabei gar nicht raus, wie ihr gerade gesehen habt. Deswegen, ich werde wirklich keine Spoiler verwenden. Also, guckt ruhig die Review. Ich weiß euch dann nochmal drauf hin. Zehn Jahre. Zehn Jahre ist es her, seit Iron Man im Kino lief und damit das MCU gestartet hat. Und nun kommt, zehn Jahre später, Infinity War in die Kinos. Und dieser Film hat eine noch nie zuvor dagewesene Erwartungshaltung zu erfüllen. Alle Leute, alle Marvel-Fans warten nur auf diesen einen Film. Denn er soll die gesamten letzten zehn Jahre zusammenfassen und zu einem ersten großen Abschluss bringen. Und ich war von Anfang an extrem skeptisch. Wirklich krass skeptisch. Ich meine, ihr kennt mich mittlerweile schon so ein bisschen durch diesen Kanal. Und ihr wisst sicherlich, dass ich, ja, ich würde sagen, schon ziemlich pingelig bin. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte Angst vor meinem eigenen Hürden. Weil ich habe mir gedacht, dieser Film wird doch nie im Leben meine eigene Erwartungshaltung erfüllen können. Das ist doch gar nicht möglich. Ich warte jetzt schon seit mindestens sechs Jahren, seit Avengers 1, als wir in der Post-Credit-Szene dort das allererste Mal Thanos gesehen haben. Seit diesem Moment warte ich auf diesen Film. Und ich bin selber auch nicht umschuldig, meine Erwartungshaltung selber nochmal nach oben geprügelt zu haben. Denn ich habe im Januar angefangen, den Marvel-Marathon zu machen. Habe mir wirklich nochmal jeden einzelnen Film des gesamten MCUs angeguckt. Und ich habe angefangen, nochmal alle meine Comic-Bücher, die ich besitze, in denen irgendwie Thanos vorkommt, nochmal zu lesen. Und habe mir eigentlich gedacht, Junge, das ist nicht gut. Du machst, du machst, du legst dir selber Steine in den Weg. Das ist nicht gut. Die gesamte Situation ist von Anfang an vergurkst. Und selber mal ehrlich, eigentlich ist der Film wirklich zum Scheitern verurteilt, wenn ich einfach selber so eine große Erwartungshaltung habe. Aber was wäre, wenn ich euch jetzt sagen würde, dass der Film tatsächlich alle meine Erwartungen erfüllt und ist der geilste Scheißes, den ich seit langem überhaupt gesehen habe? Ich meine, allen Dingen voran, alleine schon mal die Action. Von den Trailern haben wir natürlich gesehen, oder wir erwarten natürlich auch alle, dass dieser Film extrem krass viel Action haben wird. Und bei so vielen Charakteren und so viel Krieg, ich meine, der Film heißt Infinity War, ja, hatte ich wirklich Angst, dass das Ganze zu irgendeinem CGI Michael Bay Fuckfest mutiert. Und dass da nur alles rausgerotzt wird, was die Computer irgendwie erschaffen können. Aber ich muss tatsächlich sagen, nein Mann, das war tatsächlich nicht überladen. Das war tatsächlich nicht too much. Das war alles genau auf den Punkt. Das war alles richtig, richtig gut. Ich meine, diese Action-Szenen sind wirklich so geil zusammengesetzt, sind so cool choreografiert. Es ist einfach der Hammer, wirklich. Aber das muss man einfach gesehen haben, um zu verstehen, was ich damit meine. Und vor allem auch die ganzen Charaktere. Bei so einem gigantischen, gigantischen Film mit so vielen Schauspielern, die in den letzten zehn Jahren irgendwie sich im MCU angesammelt haben. Black Panther, Black Widow, Star-Lord, Iron Man, Winter Soldier, War Machine, Hulk, Thor, Spider-Man, Nikoye, Hawkeye, Falcon, Nebula, Vision, Rocket, Captain America. List'em, list'em, gotta list'em all. MCU! Die nimmt man alle und drückt sie alle mit vollem Kachacho in den Film rein. Und da habe ich eigentlich auch gedacht, das funktioniert doch niemals. Das war doch schon bei Age of Ultron so, dass die nicht genug Screentime für alle hatten. Wie wollen die das denn jetzt bei Infinity? Nein, das wird bestimmt richtig kacke. Never have I been so wrong. Gott sei Dank habe ich mich getäuscht. Wirklich, die Charakterinteraktionen, die alle Charaktere miteinander haben, die sind einfach so, so gut. Die sind jedes Mal on point. Jeder Gag, der da irgendwie drin ist, sitzt perfekt. Das ist nicht alles überzogen. Das hat alles Hand und Fuß, was da passiert. Diese zehn Jahre, die man investiert hat, um diese gesamten Charaktere kennenzulernen, die zahlen sich hier wirklich, wirklich aus. Also wirklich alle Charaktere, die tatsächlich in dem Film sind, sind auch anständig umgesetzt. Und ich meine, klar, Witze, generell Humor erwartet man von einem Marvel-Film. Und das ist eigentlich Standardkost. Aber was die hier gemacht haben, funktioniert wirklich einfach so gut. Es ist so ein Hochgenuss, sich einfach anzusehen, wie zum Beispiel Peter Quill mit Tony Stark spricht und andere Leute es im ersten Mal aufeinandertreffen und hier einfach wunderbare Sachen raushauen. Das ist so gut. Und es ist nie übertrieben und es wird nie zu lächerlich. Der Film schafft wirklich, es alles noch wirklich gebalanced zu lassen. Es gibt so viele Leute, die kommen so an und meinen so, Thor Ragnarok, der ist total super. Ich habe da total viel gelacht. Der ist der beste Film im Marvel-Universum. Und ich denke mir dann immer nur so, Nein, das stimmt nicht. Thor war viel zu übertrieben. Das war einfach viel zu viel und das war alles out of character. Und das war eigentlich ziemlich für den Arsch. Du redest Unsinn. Hör auf, Scheiße zu erzählen. Nein, Mann! Und ein Charakter muss ich besonders loben, nämlich Drax. Drax war in Guardians 1 und 2 auch schon mega lustig. Aber was der hier vom Stapel lässt, ey, das ist unglaubliches Comedy-Gold. Das ist der Hammer, wirklich. Drax ist in diesem Film der Shit. Wie zum Teufel kann dieser Typ noch am Leben sein? Der ist kein Typ. Du bist ein Typ. Das, das ist ein Mann. Ein gutaussehender, muskulöser Mann. Vorab hat Marvel den Film so beworben, dass sie gesagt haben, alles, was in den letzten 10 Jahren gelaufen ist im MCU, alles, was irgendwie angefangen wurde, jede Handlungsstrange aufgemacht wurde, der wird in diesem Film zusammengeführt werden. It all comes together. Und ja, da muss man jetzt ein bisschen nüchtern sagen, haben sie schon so ein bisschen hochgestapelt mit der Aussage. Aber auf eine gewisse Art und Weise kann ich das schon so unterschreiben. Also ist das natürlich nicht so, dass alle Geheimnisse oder alle Ungereimtheiten, die es irgendwann mal in den irgendwelchen Marvel-Filmen gab, aufgelöst werden. Das geht auch gar nicht. Das sollte einem bewusst sein. Aber sie schaffen es schon, gewisse Nuancen, Kleinigkeiten irgendwie nochmal in den Film einfließen zu lassen. Und das ist wirklich an jeder Stelle. Das Skript von dem Film ist wirklich mit so viel Sorgfalt geschrieben worden, dass eigentlich jede einzelne Szene, jeder einzelne Satz, alles hat irgendwo irgendwie Gewicht. Und das ist wirklich krass. Ich muss auch sagen, dieser Film ist der allererste Film, der für mich persönlich den Namen Comic-Buch-Film wirklich krass verdient. Mit Ausnahme von Watchmen. Denn der war wirklich auch einfach fabelhaft. Was meine ich damit jetzt aber eigentlich? Der Film basiert grob, das war aber vorher auch schon bekannt, und ich habe es euch bestimmt schon in x Videos vorher erzählt, basiert grob auf dem Infinity Gauntlet Event aus den Comics. Und dieser Film ist so, wie er abläuft. So, wie das Pacing ist. So, wie die Interaktionen sind. So, wie die Action ist. Und alles, was da irgendwie reingestopft wurde, das ist wirklich alles eins zu eins wie ein großes Comic-Buch-Event. Die Erzählstruktur ist einfach genau dieselbe. Und, ach, das war so einfach, das war einfach so wunderschön, das endlich mal so realisiert zu sehen, wie ich mir das immer gewünscht habe. Wir haben hier nur leider das Problem, dass es tatsächlich ein Film ist und kein Comic-Buch. Und deswegen gibt es hier keine Tie-In-Hefte, die noch irgendwelche nebensächlichen Handlungsstränge erklären würden, was aber vielleicht echt wichtig wäre. Aber dazu später noch mehr im Spoiler-Bereich. Das eigentliche große Problem, was das MCU bisher immer hatte, und da erzähle ich euch nun wirklich nichts Neues, denn ich habe es euch schon x-tausend Mal vorher erzählt, das ist, dass das MCU einfach sehr schlecht geschriebene und sehr flache Schurken hatte. Das ist einfach so. Mit Ausnahme von Loki und jetzt zuletzt im Black Panther Eric Killmonger war da echt nicht viel, sondern immer nur stumpfes Kanonenfutter. Marvel hat halt immer den Fokus auf die Helden gelegt und nicht auf die Schurken. Und das war bis dato auch immer zu verschmerzen und immer eigentlich noch relativ in Ordnung. Klar habe ich mir schon vorher mal was anderes gewünscht, aber konnte ich mit Leben, alles in allem. Und jetzt kommt Thanos. Und Thanos ist... Alter, Thanos ist genau das, was das MCU anhand eines Schurken immer gebraucht hat, was sie die letzten zehn Jahre versäumt haben, kommt jetzt mit Thanos und zwar knüppel-dick. Thanos ist tatsächlich ein extrem facettenreicher Schurke und der hat auch wirklich eine nachvollziehbare Motivation und der ist auch wirklich gut in Szene gesetzt. Wirklich. Ich würde sogar darüber hinausgehen und würde jetzt sagen, das, was ich von Thanos in Infinity War gesehen habe, ist so gut, dass es auch locker, locker mit anderen Filmen konkurrieren kann, die keine Comicbuchfilme sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, Thanos ist jetzt ein echt dufter Typ, aber vorher waren ja sowieso schon alle Kacke, deswegen war die Messlatte nicht besonders hoch. Nein, wirklich, auch außerhalb von Comicbuchfilmen. Thanos ist einfach brillant geschrieben, Thanos ist super in Szene gesetzt. Obwohl er fast nur aus CGI besteht, sieht er auch richtig gut aus. Und ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich das jemals sagen werde. Aber tatsächlich gefällt mir Thanos in dem Film deutlich besser als Thanos in den Comics. Leute, ich bin der Typ, der immer am Korinthien kacke ist, wenn irgendetwas nicht so ist wie in den Comicbüchern. Und jetzt stelle ich mich hierhin vor diese Kamera, bin auf eurem Bildschirm im Internet und sage euch, Leute, 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 Thanos ist der Shit. Thanos ist besser als all das, was Thanos jemals in den Comics gemacht hat. Zumindest das, was ich gelesen habe. Und holy moly, das wird heißen. Jeder Comicbuchleser weiß, dass wenn Thanos auf der Tanzfläche erscheint, dass dann Köpfe rollen. Denn in den Comics ist es eigentlich so, dass Thanos' Lady Death die personifizierte Form des Todes im Marvel-Universum beeindrucken möchte, weil er sich in sie verliebt hat. Und deswegen wurde von vornherein immer schon sehr viel Bramborium gemacht, darüber, dass ja jetzt in diesem Film endlich mal ein paar Charaktere wirklich sterben könnten. Denn mit Ausnahme von ein, zwei Ausnahmen hatten wir bisher noch keine Tode im MCU. Und die Tode, die es gab, die waren jetzt auch nicht wirklich krass oder wirklich emotional. Und auch ich selbst war jemand, der sich gesagt hat, da muss doch endlich mal irgendwer abkratzen, denn ansonsten ist das alles irgendwie irgendwann nur noch lächerlich, wenn es da keine Konsequenzen gibt. Oder alter Schwede, ne? Man muss schon so ein bisschen aufpassen, was man sich wünscht. Und trotz der ganzen Action und trotz der ganzen Witze, mit denen dieser Film wirklich bis oben hin vollgestopft ist, schafft er es dann doch, in manchen Momenten eine 180-Grad-Wendung zu machen und auf einmal richtig toternst und richtig emotional zu sein. Das ist ein total schmaler Drahtseilakt, der total schwierig umzusetzen ist, aber die haben das tatsächlich geschafft. Das ist echt krass. Das hätte ich so nicht erwartet. Und ich war stellenweise wirklich echt hart betroffen. Ohne Scheiß. Da gehe ich jetzt gleich auch nochmal im Spoiler-Bereich dann näher drauf ein. Aber wirklich, das war zum Teil hart. Und bei all diesen guten Dingen, und seien wir mal ehrlich, es kann halt einfach keinen perfekten Film geben, gibt es aber natürlich auch ein paar Kleinigkeiten, die mich schon ein bisschen gestört haben, aber wirklich nichts Gravierendes. Eine Sache wäre da zum Beispiel das Design von manchen Charakteren. Ich fand es wirklich cool, dass Iron Man jetzt seine Bleeding-Edge-Armor in dem Film getragen hat und nicht mehr auf herbeifliegende Rüstungsteile angewiesen ist. Denn das kann ja, wie wir wissen, auch manchmal ganz schön schief gehen. Ich bin der Beste. Aber hier gibt es insofern schon eine Änderung zu den Comics, die mich persönlich einfach stört. Die meisten würde es egal sein. Aber in dem Film ist es so, dass aus einem Arc-Reaktor, den er an seiner Brust trägt, die Rüstung aus Nanoteilchen sich um ihn herum bildet. In den Comics ist es tatsächlich so, dass er so abgefuckt ist, dass er sich diese Nanomaschinen in sein eigenes Knochenmark gedrückt hat. Und er wirklich von innen heraus seine Rüstung beschwören kann, sage ich jetzt mal. Hätte mir einfach besser gefallen, weil das wirklich der nächste krassere Schritt gewesen wäre, wirklich Iron Man zu sein. Ist aber eigentlich nur ein kleines Detail, über das man auch locker hinwegsehen kann. Ich fand es außerdem ziemlich cool, dass Spider-Man seinen Iron Spider Suit anhatte. Und dass er tatsächlich auch, das hat man auch schon im Trailer gesehen, seine gelben Spider-Man-Krallen hatte. Damit hatte er jetzt quasi das Kostüm, was er damals eigentlich hätte in Civil War tragen sollen. Find es dann aber dann doch schade, dass wenn sie schon diesen Anzug wirklich im Kino zeigen, dass sie dann nicht wirklich das Design aus den Comics genommen haben. Ich weiß, es gibt viele Leute, die finden das Design gar nicht cool und überhaupt nicht schön. Ich sehe das anders. Ich finde das schön. Und was eigentlich schon von vornherein zu erwarten war, denn man hat es in dem Trailer schon so ein bisschen erahnen können. Thanos hat relativ wenig Zeit in seiner tatsächlichen Rüstung verbracht. Er ist die meiste Zeit der Glatzkopf im Muskel-Shirt. Ich finde ihn einfach cooler, wenn er wirklich seine Kampfrüstung anhat. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber bitte, seht das im richtigen oder nicht im falschen Kontext. Das ist jetzt wirklich nur fizziliges, kleines Meckern, wofür ich halt bekannt bin. Und dann wäre da noch die Black Order. Diese ist in dem Film auch als, sag ich jetzt mal, erste Kavallerie von Thanos auf der Erde und mischt die Helden ziemlich auf. Die sehen wirklich vom generellen Design her echt gut aus, weil sie straight out of the comic book sind. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das CGI, weil die waren fast alle komplett CGI, das sah stellenweise nicht ganz so geil aus. Also es sei jetzt nicht wirklich kacke aus, aber auch nicht wirklich gut. Und diese vier Recken von Thanos sind es, die dann wirklich wieder der 0815 Marvel-Schurke sind und die sind total blass und die machen einfach nur was kaputt, weil sie was kaputt machen wollen und gut ist quasi. Aber auch das, ganz ehrlich, das lässt sich vollkommen verschmerzen, weil Thanos das alles doppelt und dreifach einfach rausreißt. Und von daher, ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, es gibt keine Tie-Ins zu diesem tollen Comic-Buch-Event. Das heißt, manche Sachen sind ein bisschen komisch, wenn man wirklich aufgepasst hat oder ergeben vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Sinn. Ich glaube, dieser Film wird sehr viele Redcons haben oder man muss sehr viele Redcons für den Film noch anführen, damit auch alles wirklich noch hieb und stichfest bleibt. Ansonsten macht der Film an einigen Sachen ein wenig das MCU unlogisch. Ist jetzt wirklich nicht so richtig was Gravierendes. Aber ihr wisst, ich gucke da immer mit der Lupe drauf auf diese Sachen und deswegen wollte ich das auch nur noch mal erwähnt haben. Und ich bin gespannt, ob die das noch rausreißen. Und da ich jetzt nichts weiter über diesen Film sagen kann, ohne dass ich euch irgendwie zu Tode spoilere, müssen wir jetzt gleich mal in den Spoiler-Bereich gehen. Aber jetzt kommt natürlich wie immer erstmal noch meine Zusammenfassung und meine Bewertung. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wenn mir das vorher einer gesagt hat, hätte ich es nicht geglaubt. Aber scheiße nochmal, der Film ist wirklich richtig gut. Der Film erfüllt alle Erwartungen. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Ist ja zehn Jahre ein einziges Filmuniversum aufbauen, zig Milliarden an Dollar einfach in die Kino-Industrie pumpen. Totally worth it. Das MCU geht, was seine Witze angeht, wieder einen Schritt zurück, was richtig gute Entscheidung ist. Und die Gags sind nicht überladen. Alle Gags, die drin sind, sind wirklich top, sind wirklich lustig. Ich habe mich zum Teil schäckig gelacht. Und es waren keinen Moment zu albern, so wie eben gerade. Es war wirklich immer alles on point und es war einfach gut. Dasselbe gilt auch für die Action. Auch diese mutiert nicht zu irgendeinem Michael Bay CGI Fuckfest oder irgendwas, was Warner Brothers mit ihrem DCEU veranstaltet hat. Das ist echt so krass, wie gut das einfach umgesetzt war. Und ich kann es immer noch nicht fassen, ohne Scheiß. Und obwohl diese krasse Action drin ist und obwohl dieser gute Humor drin ist, schaffen die es trotzdem den Film auch ernst zu machen und den Film zum Teil noch echt traurig werden zu lassen. Das ist ein unglaublicher Drahtseilakt, dass die das geschafft haben. Boah. Also wirklich, Chapeau und Hut ab. Und Thanos ist der geilste Schurke im MCU und sollte jetzt auch von Leuten, die nicht unbedingt Comicbuchfilme gucken als ernst zu dem, dass Schurke mal in der Popkultur wahrgenommen werden, Thanos ist der Shit. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Also, solltet ihr euch Avengers Infinity War im Kino ansehen? Seid mir ehrlich, die Antwort kennt ihr doch schon. Natürlich, Mann. Wirklich, der Film ist einfach nur bombastisch. Ich würde wirklich so weit gehen, dass selbst Leute, die nicht alle MCU-Filme gesehen haben, trotzdem in den Film reingehen können. Und natürlich verstehen sie da nicht alle Witze und wissen nicht, wer die Charaktere sind und so weiter. Aber trotzdem sollten die ein befriedigendes Kinoerlebnis haben, wenn die diesen Film gesehen haben. Wenn auch nur vielleicht auf Transformers-Niveau. Aber selbst dann, ey, der Film ist einfach hammergut. Ich habe bei dem Film gelacht, ich habe bei dem Film geweint und er war nie langweilig und durchweg spannend. Alter, was willst du mehr von dem Film? Ganz ehrlich, mehr geht einfach nicht. So, der Tod zieht sich durch den gesamten Film. Das war echt heftig, was da zum Teil passiert ist. Und ich muss mir das einfach jetzt alles mal ein bisschen von der Seele reden. Ich habe das noch nicht ganz verbunden, was ich da gesehen habe in dem Film. Das war nämlich zum Teil echt hart und echt krass. Und ich habe mir so überlegt, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich den Infinity Gauntlet hätte. Wenn ich die Macht hätte, in meiner Faust, alles, was irgendwie schiefgelaufen ist, alle Tragik, allen Tod, hinfortzunehmen und alles wieder richtig zu stellen. Ja, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich Thanos wäre. in Ordnung. Ich kümmere mich selbst darum. Der Film war ein einziges krasses Massaker. Also wirklich ein krasses Massaker. Ich wusste ja, oder ich habe es ja schon erwartet, dass Thanos einfach mal mit seinen Fingern schnippt und dass dann das halbe Universum ausgelöscht ist. Aber es war wirklich deutlich krasser als all das, was ich mir vorgestellt hatte. In den Comics ist es so, dass Thanos genau das natürlich auch macht, das halbe Universum auslöscht, dann aber noch der Großteil der Helden am Leben ist und die sich dann erst alle zusammenrotten, um dann erst gegen Thanos zu kämpfen und ihm Einheit zu gebieten. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass die so einen krassen Kahlschlag machen. Ich meine, ich habe so den Film geguckt und dachte mir so am Anfang, oh, okay, Heimdall ist tot. Naja. Oh, Loki. Okay, das ist schon, das ist schon mieser. Dann ist die meiste Zeit gar nichts passiert. Oh, fuck, man. Gamora. Boah, das ist, boah, das ist jetzt heftig. Das ist echt heftig. Übrigens an dieser Stelle Lob und Anerkennung an Zoe Saldana, die hat das wirklich unfassbar gut gespielt. Richtig stark, was sie da abgeliefert hat. Hat mir sehr gut gefallen und auch dieser Tod war dann schon echt krass und hat mir so ein bisschen den Magen umgedreht. Aber als dann wirklich alle gestorben sind, war ich so fassungslos und dachte, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Die Typen oder die Leute hinter mir, die im Kino saßen, meinten auch, Alter, what the fuck is going on? Das kann doch nicht deren Ernst sein. So gut wie jeder stirbt und überraschenderweise nicht Iron Man und Captain America, wovon ich eigentlich ausgegangen bin. Wobei, die können ja immer noch in Avengers 4 sterben, so ist es nicht. Aber das war krass. Und dann, dann ist Spider-Man gestorben. Und Alter, als Spidey da war und noch meinte, Mr. Stark, ich fühle mich komisch, ich will noch nicht sterben. Ey, das war richtig, das war richtiger Schlag in die Magengrube. Da habe ich wirklich Pipi in den Augen gehabt. Die haben Spider-Man, die haben Spider-Man getötet. Man tötet Spider-Man nicht, damit öffnet man die Bütze der Pandora. Für Comicbuchleser und für Marvel ist das wirklich ein Minenfeld. Das ist, das ist ganz, ein ganz heißes Pflaster ist das. In 2011 hat Marvel im Ultimate-Universum Spider-Man getötet und ihn dann mit Miles Morales ersetzt. Und die Reaktionen darauf waren Linde gesagt nicht so gut. Auch wenn es gar nicht das Main Marvel Universe, die Main Continuity war. Ja, und dann haben sie tatsächlich ein Jahr später genau dasselbe in Amazing Spider-Man gemacht und haben Peter Parker im 616-Universum getötet und ihn durch Doc Ock ersetzt und da hatten wir den Superior Spider-Man. Und da waren die Reaktionen, Linde gesagt, noch schlimmer. Deswegen ist das wirklich sehr mutig, dass sie das tatsächlich durchgezogen haben. Und es ist einfach so verrückt, weil, alter, die haben Spider-Man Homecoming 2 in der Pipeline, die haben weitere andere Filme mit Charakteren in der Pipeline, die jetzt gestorben sind. Das könnt ihr doch nicht machen, denke ich mir so. Ich meine, hey, es ist ein Comicbuch-Event-Film und wer Comicbücher liest, der weiß folgende Grundregel. Charaktere, die in Comics sterben, bleiben nicht sehr lange tot. Es kommt tatsächlich häufiger vor, dass mal Hauptcharaktere sterben, wie Captain America, Wolverine, Spider-Man oder wer auch immer. Und die kommen immer irgendwann wieder und laufen dann wieder rum, als sei nichts gewesen. Von daher sollte man vielleicht noch so ein bisschen die Füße stillhalten und abwarten, was die in Avengers 4 dann wirklich damit verhackstücken. Ich gehe jetzt aber erst mal zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass irgendein Charakter, vielleicht Nebula, weil sie das in den Comics auch gemacht hat, den Infinity Gauntlet in Teil 4 in ihre Hand bekommt und damit einfach alles, was Thanos angerichtet hat, wieder richtig stellt. Die einzige Ausnahme wären dann vielleicht die Charaktere, die nicht durch den Infinity Gauntlet gestorben sind, nämlich Heimdall, Loki und Gamora. Aber das sehen wir dann. Aber gehen wir doch mal jetzt davon aus, dass das nicht passiert und dass die tatsächlich alle tot bleiben. Was wollen die denn machen? Wer ist denn da jetzt noch übrig? Wir haben noch Tony, wir haben noch Cap, wir haben noch Ant-Man und Hawkeye, die einfach mal gar nicht in dem Film waren, was irgendwie schade ist. Aber ich erwarte eigentlich, dass sie dann eine umso größere und wichtigere Rolle in Avengers 4 einnehmen werden und dann richtig auf die Kacke hauen. Wir haben neben Ant-Man natürlich auch noch die Wasp. Wir haben Black Widow, wir haben Shuri, Black Panthers Schwester. Wir haben auch noch Thor, Wong und War Machine. Und das war's. Captain Marvel dann auch noch, wenn man die Post-Credit-Szene mit einbezieht, weil die wird halt 100 pro wiederkommen. Ach ja, und Rocket Raccoon. Das wird echt ein hartes Stück so in Avengers 4. Man könnte jetzt natürlich damit die New Avengers gründen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal abwarten. Das könnte aber wirklich zahlreiche, zahlreiche Auswirkungen haben. Das könnte in viele verschiedene Richtungen gehen. Sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen, wenn ich das alles anspreche. Team Review wird sowieso wieder lang genug werden. Deswegen verkneife ich es mir mal an dieser Stelle. Aber ich weiß wirklich noch nicht, wie die das richten wollen. Also, sie müssen das alles eigentlich ungeschehen machen. Ansonsten haben sie einen ziemlich Trümmerhaufen vor sich. Was außerdem noch richtig geil war und ich habe mich so gefreut, dass sie das tatsächlich gemacht haben, war der fucking Red Skull. Zuerst sieht man da diese schwarze Gestalt in der Kutte hinunterschweben und sie spricht nur und ich dachte für einen Moment, oh krass, ist das jetzt Lady Death? Ist das jetzt der Tod? Ziehen wir das wirklich durch, dass jetzt der Tod kommt und dass die da irgendwie drin ist? Und dann kommt es neben und man sieht einfach in der Kapuze den fucking Red Skull. Ich dachte mir nur, what the fuck is going on? Und ich habe mich so gefreut, dass sie den tatsächlich reingepackt haben. Auch wenn ich sagen muss, er ist ja jetzt eigentlich ein ganz anderer Charakter. Er ist ja jetzt irgendwie sehr mystisch, sehr komisch und darf auch nicht vergessen, dass die gesamte Zeit, die Captain America im Eis eingefroren war, hat der da auf dem Planeten abgepimmelt und von daher hat er sich glaube ich sehr verändert. Lässt aber jetzt trotzdem noch die Chance offen, dass man den einfach für einen späteren Film einfach mal wiederholt wieder als Schurken. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie die das vielleicht machen und ob er sich nicht doch zu sehr verändert hat. Ich weiß es nicht. Ich hätte es glaube ich geiler gefunden, dass vielleicht die Avengers auf der Erde gegen die Black Order kämpfen und irgendwann, wenn sie denken, sie haben alle besiegt, sagt noch einer so im letzten Moment, Ihr habt uns zwar besiegt, aber unseren Kommandanten, der direkt Thanos unterstellt ist, hättet ihr nie besiegen. Und wie geil wäre es denn dann gewesen, wenn dann auf einmal der Red Skull aufgetaucht wäre, als Chef der anderen und rechte Hand von Thanos. das wäre wirklich, das wäre Zucker gewesen. Aber so wie es jetzt drin ist, ist es auch okay erstmal für mich. Ich bin ja froh, dass der überhaupt drin ist. Ich will jetzt auch nicht zu hohe Ansprüche stellen. Von daher ist schon alles okay. Und ich bin gespannt, wo die da jetzt mit dem hingehen wollen. Und was mich auch überrascht hat, sowohl positiv als auch negativ, ist der hohe Anteil Dr. Strange. Fand ich geil. Hätte ich nicht gedacht, weil er auf dem Kinoposter auch nicht so prominent war und nicht so viel Platz eingenommen hat. Was ich aber nicht erwartet hätte, wäre, dass wir vielleicht nur 20 Sekunden Hulk sehen. Also das hat mich wirklich überrascht. Ich finde es schade, dass wir den Hulk nicht so sehr gesehen haben. Ich finde es cool, dass dann mal mehr Bruce Banner wirklich zum Zug gekommen ist. Und ich fand es auch cool, wie sie den Hulk eingesetzt haben. Weil wie krasser kannst du denn einen Charakter, einen Schurken direkt einführen, indem du ihn einfach den stärksten Avenger von der Kraft her mal eben mit links und rechts wegputzt. Der hat halt keine Chance. Und ich bin auch gespannt, wo dann die Story vom Hulk jetzt in Avengers 4 hingeht, weil das muss auch irgendwie aufgelöst werden. Der hat jetzt halt zum ersten Mal in seinem Leben wirklich verloren und auf die Fresse gekriegt. Und es ist ja einfach muckelig, ne? Der Hulk. Und will jetzt nicht mehr oder hat Schiss, keine Ahnung. Bin gespannt, wo die damit hingehen. Stellt euch mal vor, Bruce Banner könnte sich jetzt nicht mehr in den Hulk verwandeln. Das wäre, das wäre ziemlich merkwürdig und peinlich. Oh, Stan Lee. Der Schöpfer der Marvel-Pomics. Ich grüße euch, ihr treuen Gläubigen. Oh. Das kann gar nicht Hulk sein. Ich bin Hulk. Augenblick, Sie konnten sich doch nicht mal in Bill Bixby verwandeln. Nun mach schon verdammt, verwandel dich. Ach, vergiss es. Ich hab's früher doch schon mal geschafft. Ja, ja. Ich wünsche mir nur, Sie hätten die Kraft, meinen Laden zu verlassen. Hätte ich aber so nicht erwartet. Denn alleine, wenn man sich bedenkt, was im Trailer zu sehen war. Da hat man ja gesehen, dass Thanos in Wakanda einfällt und noch nicht alle Infinity-Steine hatte und dann auch der Hulk in Wakanda mitgekämpft hat. Das ist ja so in dem Film überhaupt nicht passiert. Auf der einen Seite finde ich das, ähm, ja, ein bisschen bedenklich schon fast, weil die versprechen dir ja etwas im Trailer, bewusst, und zeigen es dir dann nicht, bewusst. Also schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen scheinheilig, weil die preisen was an, was sie dann später nicht halten. Auf der anderen Seite finde ich es wieder sehr gut, weil das die Spannung halt oben hält. Ich hätte sonst was für eine Analyse von dem Trailer machen können, um mir noch weitere Gedanken zu machen und hätte so oder so falsch gelegen, weil die dir halt mit Absicht falsche Informationen im Trailer geben, damit es spannend bleibt. Und das finde ich einfach in der heutigen Zeit, wo das Internet so omnipräsent ist und so weiter, eigentlich eine ziemlich coole Idee. Frau gewinnt in der Lotterie, kotet auf den Schreibtisch ihres Chefs und wird festgenommen. Fake News. Das Wort des Jahres, das Wort der Jahre. Endlich darf gelogen werden. Was ich auch noch ein bisschen schade finde, ist die Infinity-Steine an sich. Ich meine, mit dem Seelenstein lag das gesamte Internet und jeder einzige Mensch auf der Erde lag falsch. War aber auch ein ziemlicher Ass-Pull, was sie da gemacht haben. Einfach was zu nehmen, was absolut nie irgendwie ansatzweise erraten hätte werden können oder angeteasert wurde. Aber ist wahrscheinlich auch die richtige Vorgehensweise bei so einem Film. Aber ich fand es schade, dass wir relativ gut die einzelnen Infinity-Steine immer in Aktion gesehen haben, mit Ausnahme von dem Seelenstein. Weil wir haben jetzt nicht wirklich gesehen, was der Seelenstein selbst so kann. Ich meine, es wurde angedeutet, wir haben gesehen, dass Thanos mit Gamora oder mit Gamoras Seele als Kind in einer Art orangenen Sphäre, orangenen Welt gesprochen hat. Und in den Comics ist es so, dass der Seelenstein in sich selber eine eigene Welt hat. Ein eigenes Mini-Universum, wenn ihr so wollt. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass alle Seelen von den getöteten Charakteren, die mit dem Infinity Gauntlet getötet wurden, sich in dem Seelenstein befinden. Somit könnte man die nämlich später irgendwie auch logisch zurückbringen und nicht einfach nur sagen wieder, jetzt leben sie alle wieder. Jedenfalls finde ich es einfach schade, dass sie das nicht genauer in dem Film selbst erklärt haben. Jetzt zum Abschluss möchte ich euch natürlich noch auf ein paar nette Referenzen aus den Comics hinweisen. Denn ich weiß, das mögt ihr auch ganz gerne, wenn ich das mache. Die Black Order zum Beispiel. Die Black Order war halt wirklich vom Design sehr krass nah dran an den Comics und hat mir sehr gut gefallen. Schade ist, dass die halt auch wieder sehr blass waren. Ich glaube, die sagen noch nicht mal die Namen. Es wird einmal Moore gesagt, noch nicht mal Ebony Moore. Aber man kennt auch die Namen gar nicht der Charaktere. Aber jedenfalls kriegt man halt aus dem Film selber gar nicht mit, dass Corvius Glaive und Proxima Midnight eigentlich ein Ehepaar sind. Lass ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Was auch immer ihr mit dieser Information anfangen wollt. Aber das ist in den Comics halt so. Und ja, schade, dass sie das nicht irgendwie da näher beleuchtet haben. Was aber auch richtig cool aussah, das waren die Outriders. Also ich weiß nicht, ob sie einen offiziellen deutschen Namen haben jetzt in dem Film. Aber sie waren halt sehr stark an dem Design der Comics halt angelehnt. dort ist das so eine Art Sondereinheit von Thanos, die er als Assassin oder als Informationssammelnde Einheit hinaus in den Kosmos schickt. Und hier war es halt seine megamäßige, große Armee, die er losgeschickt hat. War in Ordnung. Ich hätte mich vielleicht gewünscht, dass man hier noch ein paar Chitauri vielleicht drinnen hätte. Hätte das ein bisschen stimmiger gemacht zu Avengers 1. Aber alles in allem fand ich es cool, dass wir die gesehen haben und dass die wirklich genauso aussehen wie in den Comics. Aber natürlich auch noch Thor. Thor hat in dem Film richtig krass ausgeteilt und es hat mir sehr gut gefallen. Er hat richtig auf die Kacke gehauen. Und er hat jetzt einen neuen Hammer, Stormbreaker. Zum einen ist der Name des Hammers Stormbreaker eigentlich der Name des Hammers, den Beta Ray Bill besitzt. Der ja auch schon in Thor Ragnarok ansatzweise angeteasert wurde. Deswegen weiß ich nicht, ob sie den den nächsten auch nochmal einführen wollen. Keine Ahnung. Ich würde es aber cool finden. Und das eigentliche Design seiner neuen Waffe orientiert sich jetzt an dem Mjölnir aus dem Marvel Ultimate Universum. Da, wo sie Spider-Man getötet haben zum ersten Mal. Und ja, das ist halt mehr eine Hammer-Axt. Und nicht nur so eine Hammer-Axt, sondern wirklich eine Hammer-Axt. Okay, der war billig. Und mal ganz ehrlich, geht das nur mir so? Oder war der jetzt in dem Film noch stärker als sonst? In Thor Ragnarok hat er gefühlt nur auf die Fresse gekriegt. Und jetzt hat er auf einmal jeden Vermöbel, der ihm irgendwie zu nah gekommen ist. Ich meine, ich finde es cool, ich will ihn nicht beschweren. Aber es gibt nicht wirklich einen triftigen Grund, dass das jetzt so ist. Ich meine, Thor hat an sich seine Kraft. Er braucht den Hammer nicht, um stärker zu sein. Der Hammer, Mjölnir, oder ob das jetzt Stormbreaker ist, ist egal. Der Hammer hilft ihm halt nur, seine Kraft zu fokussieren. Sie besser zu lenken. Sie gezielter einzusetzen. Und irgendwie war das zu OP. Wenn ihr mich fragt. Mit einem Comicbuch Hintergrund könnte man es sich so erklären, dass er jetzt einfach, wo er König von Asgard ist, tatsächlich die Macht besitzt. Denn die Macht ist mein Verbindeter. Und ein mächtiger Verbindeter ist sie. Nein Mann, nicht diese Macht. Die Odin macht. Oder wenn Thor sie halt besitzt, die Thor macht. Das ist so eine kosmische, mythische Energie, wo niemand so richtig weiß, wie stark die eigentlich ist und wo eigentlich die Grenzen liegen. Aber der amtierende König von Asgard hat die halt. Und jetzt, wo er der amtierende König von Asgard ist, könnte es sein, dass das erklärt, warum er auf einmal so viel stärker rüberkommt. Weil er es jetzt auch einfach ist. Indem er, ja, sein Volk da jetzt aus Asgard rausgetragen hat und sie ihn gekrönt haben. Keine Ahnung. Hätte man aber auch noch mal ein bisschen, ja, genauer erklären können. Und ich wurde übrigens darauf hingewiesen, dass ich ein wichtiges Detail in der Post-Credit-Szene von Black Panther übersehen habe. Und das stimmt tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil was Black Panther Comics angeht, bin ich auch offen gesagt einfach nicht so fit und nicht so versiert einfach. Ich habe nicht so viele Comics davon gelesen, quasi fast gar keine. Und da wurde ja schon gesagt, dass Bucky jetzt der weiße Wolf ist. Und tatsächlich ist das auch ein Superheldenalter Ego von einem Charakter, der in Black Panther auftaucht, irgendwie so ein Cousin oder so irgendwie ein halt weißer Typ, der in Wakanda lebt von T'Challa. Und der wird tatsächlich der weiße Wolf oder der White Wolf. Und das wurde jetzt noch mal gesagt und noch mal stärker in den Fokus gerückt. Deswegen habe ich mir so gedacht, es könnte schon sein, dass der vielleicht gar nicht die Nachfolge von Captain America antritt, sondern dass er einfach der White Wolf wird. Und was ich auch ziemlich nice fand, da habe ich mich direkt am Anfang des Films sehr gefreut, war wie Bruce Banner in das Dach reingekracht ist und gesagt hat, Thanos kommt, Thanos kommt. In den Comics ist es eigentlich der Silver Surfer, der in das Dach von Doctor Strange kracht und diese Nachricht verkündet. Und den haben sie natürlich nicht, weil der Stand heute immer noch Fox gehört. Deswegen konnten sie den natürlich nicht benutzen. Aber sie haben das halt mit Bruce Banner gemacht und das fand ich sehr schön, denn das war wirklich eine Anlehnung an den Comics. Außerdem haben wir zum allerersten Mal im MCU die Entstehungsgeschichte des Marvel-Universums in den Filmen halt gehört. Es gibt natürlich zahlreiche Erklärungen in den Comics, wie das Universum oder das Multiversum halt entstanden ist. Aber das war jetzt das erste Mal, dass wir das tatsächlich in dem Film gehört haben und das war sehr nah dran oder ähnlich an dem, wie es auch in den Comics ist. Das erzählt der Collector den Guardians oder war es Thanos? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Jedenfalls erzählt der Collector das so beiläufig und das hat mich sehr stark wirklich an den Origin von den Comics erinnert. Und zu guter Letzt natürlich noch wie der Infinity Gauntlet an sich eingesetzt wird. Das Fingerschnippen das hatten wir ja schon vorher das habe ich schon erwähnt. Thanos hat aber auch so mit dem Gauntlet ein paar Sachen gerissen die er halt auch genauso im Comic gemacht hat. Als Drax und Mantis ihn angreifen schnippt er auch mit dem Finger oder macht halt eine Handbewegung und Drax verwandelt sich auf einmal in einzelne Blöcke und Bröseln auseinander und Mantis verwandelt sich in so Scheiben oder Schnürer oder irgendwie sowas. In dem Moment habe ich mir aber schon gedacht vielleicht hat Thanos einfach nur die Opo-Openomie von Trafalgar Law. Aber auch das ist etwas was er im Infinity Gauntlet Comic Buch genauso macht. Zwar nicht mit Mantis und Drax sondern mit Nebula und Eros aber hey immerhin das war genauso in Szene gesetzt wie da und das fand ich einfach richtig nice. Ich bin mir sicher es gibt sicherlich auch zig andere Referenzen und Sachen und Easter Eggs die mir selber aber einfach nicht aufgefallen sind weil ich die ganze Zeit nur komplett geflasht war von dem was ich da in dem Film gesehen habe und ich könnte jetzt noch drei Stunden weiterreden aber ey Leute das ist jetzt lang genug ich mache jetzt mal einen Cut vielleicht mache ich noch weitere Videos zu dem Film ich kann nämlich einfach nicht darüber ich kann einfach nicht aufhören darüber nachzudenken das ist so krass mein Hören ist so geprägt auf diesen Film ich glaube ich will mir den nochmal angucken ich weiß es noch nicht ich glaube ich tue das wirklich hammergeiles Ding super ich würde mich jetzt freuen wenn euch das Video gefallen hat dass ihr es liked dass ihr es teilt dass ihr mir vielleicht ein Abo dalasst wenn ihr Bock habt und ja was sagt ihr zu dem Film habe ich irgendwelche Punkte vergessen ja natürlich habe ich welche vergessen ich habe es ja gerade selber gesagt aber was sind euch noch für Punkte aufgefallen was fandet ihr geil was fandet ihr nicht so geil hättet ihr euch gewünscht dass andere Charaktere sterben dass bestimmte Tode anders in Szene gesetzt sind und so weiter und so fort was glaubt ihr eigentlich was jetzt in Avengers Infinity Gauntlet keine Ahnung wie der vierte Teil heißt könnte aber sein also was in Avengers 4 einfach passiert schreibt es mir bitte unten in die Kommentare ich lese das wirklich sehr gerne und möchte mit euch diskutieren mit euch schreiben das macht mir mega mega Spaß und ja bis zum nächsten Mal sage ich jetzt Tschö mit dir und hauen sie äh Bounce ich bin Bacon Thanos und ich fordere meine Tribut abonniert diesen YouTube Kanal wenn ihr das nicht tut lösche ich das halbe YouTube auf einem Schlag aus ha seguir ha equality ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020